So, und da melde ich mich zurück und ich habe gerade eine Frame-Bild von 18. Ach du meine Güte, ich hoffe mal das funktioniert so. So, hier ist ein Pferd beim letzten Mal stehen geblieben bei dieser komischen Tür hier. Und da, ich glaube das war ein Bug, dass die Tür nicht aufging. Aber jetzt geht's auf und wir können sprinten. Und ich muss zu meiner Einheit, irgendwie muss ich zu meiner Einheit. Ah, da sind sie ja. Alter, wohin denn jetzt? Aua! Von wo, von wo, von wo? Alter, könnt ihr euch mal entscheiden? Dieses blöde Auto da, das nervt. Nervt. Ah, geht doch! Ne? Anscheinend? Ne, kriegst du nicht rein. In die Eier! Ah, stell dich nicht an! Läuft aber doch eigentlich recht... Aua! Aua! Äh... Da! Scheiße, das Licht stört! Also ich habe im Moment eine Frame von 16, 17 getendiert. Ich weiß nicht wo... Ach, komm, zeig dich! Zeig dich! Wo bist du? Habe ich dich? Ich glaube ja! Und wieder hinter das Auto! So, mal kurz abarschen! Äh, abarschen! Und dann alle Sprecher da hinstellen! So! Ne, ich glaube, ich halte dich nicht! Zeig dich! Ui, jo! Das war knapp! Das war verdammt knapp gerade! Das war verdammt knapp gerade! Ah! Erstmal bei dem Auto in Deckung gehen! Ich bin getroffen! Ach, die will die... Aua! Das bringt das Auto! Aber willst du mich ärgern, oder was? Geht doch! Lass mich mal durch! Kontakt! Granate! Bisschen falsch! Und noch eine! Friss das! Boah! Verdammt war das eng gerade! Okay... Wo ist denn noch einer? Da, da, da! Okay! Weiter geht's! Ups! Hab ich dich! Ja! Die Zigarette muss raus! So! Jetzt hab ich auch wieder ein bisschen frei ein! Okay! Auf zum nächsten Auto! Oh! Oh! Wie hereinzufällig hier so rumstehen! Ich schieße! Da brauchst du mir nichts zu sagen! Ich seh das! Höre das! Oh! Hab ich euch! Okay! Panzer! Scheiße! Nein! Scheiß Panzer! Lauf weg hier! Schnell! Rohan! Der hat mir ja gerade noch gefehlt! Nein! Lauf! 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 Heilige Scheiße! Sie kann nicht sehen! Alle okay! Bin okay! Alles bestens! Und bei dir! Auch alles okay! 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 Verflucht! Das waren 94 und ich lebe noch! Mir geht's besser als okay! Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! Blackburn! Blackburn! Bist du okay? Alles in Ordnung! Irgendwo muss es hier rausgehen! Oh Backe! Los! Na dann! Attacke! Na toll! Ich kann nichts sehen! Ah jetzt geht's wieder! Hey! Bitte sofortige Luftunterstützung! T90 Panzer 200 Meter von hier! Verstanden? Das Ding wird sie in Stücke reißen, Mann! Luftunterstützung steht zur Verfügung! Wenn sie rechtzeitig hier sind! Hey! Die schubst du mich nach vorne! Ah! Gut! 20 Frames! Super! Ich nehm's an! Aber lang tut's nicht! Der scheiß D90 ist wieder da! Wir müssen was tun! Scheiße! Wo ist der hin? Boah! Scheiße! Boah! Burn Motherfucker! Burn Motherfucker! Hui! Das war ja... Ist ja grad nochmal gut gegangen! Weitere Panzer über anmarschen! Weitere Panzer... ... Wichtiger Schreiber! Ich bin getrocknet! Ich bin getrocknet! Lass mich runter! Lass mich runter!!! ... Einfach mal eine Kanate! Scheiße, das Javelin-Tief ist getroffen. Sichert das Javelin. Wackelt das Scheißding ab. Huch. Shit, shit, shit. Oh, ist jung verloren. Nein. Ja, war klar. Ich bin ein bisschen zu früh über die Mauer gesprungen. Schieße. Shit. Ja, gut. Oh, 30 Frames. Juhu. Ich glaube, ich sollte da die Einstellung wirklich mal ein bisschen runterdrehen. Scheiße, ich habe es nicht mitgetroffen. Sichert das Javelin. Fackelt das Scheißding ab. Ich glaube, ich muss eh... Ne, ja. Los, los, los. Alter. Heilige. Oh, das ging schnell. Okay, ich muss auf jeden Fall die Panzerfaust nehmen. Ähm. Mit Deckung suchen. Scheiße, das Javelin ist getroffen. Sichert das Javelin. Facken das Scheißding ab. Ach, da komme ich gar nicht rein. Los, los, los. Hat er das? 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 Hat er? Scheiße, ich muss den irgendwie flankieren. Schieß doch! Ja, Mann! Wie, noch einer? Scheiße, ich hab... Panzer nähert sich von rechts! Oh, oh! Woraus! Scheiße! Ah! Scheiße! Ich muss in Deckung! Ich muss irgendwie... in Deckung! Shit! Ich muss in Deckung! Oh, Backe! Wie viel Panzer kommen denn da? Gut, die ganze Scheiße, noch einmal. Oh, ich will eh hin. Heilige Maghreb. Guckt das gut? Und Feuer! Jawoll! Und? Trifter? Nein, er hat mich getroffen. Panzer nähert sich von rechts. Oh. Scheiße, hier ist alles so dunkel. Ich kann das sehen. Ja, Mann. Hab ich dich. Oh, oh, da klingelt gleich in die Luft. Ich bin ja direkt bei den Gegnern. Shit. Ah, Leute. Nein. Oh, ich bin ja direkt bei den Gegnern. Shit. Jetzt nicht so... So, aber ich muss irgendwie in Deckung. Hier geht, glaub ich, eine Treppe hoch. Sehr schön. Ich versichere mal so ein brennendes Dienst, das es meint mit heute. Wo sind meine Kollegen? Ah, ich bin getroffen. Leute, ich bin ja da. Super. Versuch von hinten reinzukommen. Aura. Verstanden? Ich bin ja da. Puh, alle Kundlinke sind frei, ne? Du siehst so guter Scheiße aus. Los geht's! Attacke! Fuck, ich bin getroffen! Weiter geht's! Weiter geht's! Okay. Wie sieht der Plan aus? Komm schon! Da hoch! Los! Los! Los geht's! Ich bin gleich im Arsch! Mach! Okay. Weiter geht's. Weiter geht's! Weiter geht's! Oho! Oho! Das müssen wir jetzt nochmal hinlegen. Ups! Kratscheidea! Ich sehe jetzt richtig, dass wir nur noch zu zweit sind. Ich sehe jetzt richtig, dass wir nur noch zu zweit sind. Anscheinend. Oh nö! Ach so! Ja, ich glaube wir sind nur noch zu zweit. Hilf mir hoch! Wie geht das? Was muss ich denn jetzt machen? Ach so, das ist... Und wie komme ich jetzt da hoch? Hallo? Denkst du auch mal ein bisschen an mich? Ach so, okay. Gut. Ich habe gar nichts gesagt. Biss ja doch kameradschaftlich. Kameradschaftlich. Das soll ich jetzt machen? Ist das dein Ernst? Bin drin! Bin drin! Äh, ist das jetzt... Jo. Ist gefixt. Okay, weiter geht's. Ach so, ist noch ein Video. Ich habe ihn! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Jetzt! Äh... Irgendwie ein bisschen brutal finde ich das gerade, aber okay. Sicher! Ja! Hier habe ich nur noch ein Messer? Ach nein! Messer! Du bist dran! Okay... Äh... Okay... Hier ist keiner mehr, ne? Doch! Da war einer! Was habe ich mit den Stühlen? Brauche ich nicht! Verlasse die Lenkung! Komm! 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 Die Laufhämmer her! Oha! Oha! Na, das kann der was geben! Lass mich doch mal durch! Geht doch! Geht doch! Oh, Granate! Fuck! Ich bin gleich tot! Nein! Nein! Ich muss mich... Granate! Ohohohohohoho nein! Mama! Auf jeden Fall in Ruhe! Scheiße! Pfff... Verdammt schwer! Ist das gerade? Ja, ist ja in Ordnung, aber ich heiße nicht Messer, ich heiße Blackbird. So. So. Leg dich nieder. So, jetzt kommen wir rein auf Griechen hier. Wo hat der sich versteckt? Ja, den warst du da. Gut, da bist du auch jetzt. Ne, ich bleib mal lieber... Schieße! Ne! Legen! So, da ist die Aufnahme beendet. Die ersten 20 Minuten sind vorüber und ja, ich sag mal bis gleich.